Vom 4. bis 6. Oktober organisierte die Fachschaft ein Erstsemesterwochenende für die neuen Studierenden des Campus Lingen. Wieder fand es im Schullandheim in Nienstedt bei Hannover statt. An diesem Wochenende konnten sich die Erstsemester aus den verschiedenen Instituten kennenlernen, von den älteren Semestern mehr über das Studentenleben erfahren und es ordentlich krachen lassen. Das Organisationsteam sorgte für eine Rundumverpflegung. Mit selbstgemachten Spaghetti Bolognese und einem Grillabend wurden die hungrigen Mäuler gestopft. Bei Spielen wie Riesentwister, Looping Louis und Wikinger Schach gab es jede Menge Spaß. Vor allem die Gemeinschaft stand im Mittelpunkt. Erste Freundschaften wurden geknüpft. Nach einem ereignisreichen Wochenende kann das Studieren jetzt losgehen.